Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dieter Schmitz. Ich würde Ihnen gerne heute die neuen Werbetools für 2010 in Sachen Medkontor vorstellen. Sie erhalten hier einen kurzen Überblick über die gängigen Werkzeuge, die Sie in der Zukunft für die Vermarktung und Neukundgewinnung benutzen können. Unter anderem Postkarten, Gutscheine, Zehnerkarten, Abonnementbeispiele, sehr, sehr interessante neue Poster, Terminkärtchen für den Kunden, einen neuen großen Folder für Schaufenster oder Eingangsbereich. Alles, was das Herz begehrt und für die tägliche Werbung nötig ist. Ganz besonderen Wert möchte ich legen auf unsere neue Poster-Situation und den neuen großen Banner für die Schaufenster bzw. direkte Input-Situation am Point of Sale. Ganz speziell ist mir wichtig, dass Sie das neue Verkaufstool kennenlernen, unseren Kooperationspartner Gewinnständer. Zum Werkzeug des Folders ist zu sagen, dass Sie die Flyer von uns fertig konfektioniert nach Ihrer Angabe bekommen und dieser Barcode wird mit einem speziellen Barcode-Leser eingescannt und aufgrund dieser Information können Sie jeweils erkennen, von welchem Ihrer Kooperationspartner der Neukunde zu Ihnen geschickt worden ist. Faktisch ist der Ablauf folgender, der Endkunde entnimmt den Flyer, informiert sich in diesem Portfolio über die Leistungen und die Möglichkeiten und Chancen mit dem Medkultur, bucht dann bei Ihnen in Ihrem Institut den hinten aufgeführten kostenlosen Beratungstermin nebst einer fünf Minuten Testbehandlung und wird dann die Behandlung bei Ihnen buchen. Als Dankeschön für Ihren Kooperationspartner können Sie mittels einem dazugehörigen Scanner über diesen Barcode erkennen, von welchem Ihrer Kooperationspartner dieser Kunde zu Ihnen versandt wurde und wir empfehlen ein Kommissionsvolumen zwischen 15 und 20 Prozent für den Kooperationspartner zur Verfügung zu stellen. Zum technischen Ablauf. Sie erhalten von Ihrem neuen Endkunden den mitgebrachten Flyer. Durch den durch uns an Sie mitgelieferten Scanner scannen Sie ganz einfach den hinterlegten Barcode ein. Dieser berechnet dann automatisch, von welchem Ihrer Kooperationspartner dieser Flyer gekommen ist, wie viele Kunden schon durch Ihren Kooperationspartner an Sie weitervermittelt worden sind, wie viele Buchungen über den Kooperationspartner bisher verursacht wurden und natürlich am allerwichtigsten, welche Provisionsansprüche Sie am Monatsende gerne an Ihren Kooperationspartner anweisen können. Das ist ein klassisches Win-Win-Prinzip und hat den Vorteil, dass Sie erst aus den Gewinnen heraus, die Sie schon über die Buchung realisieren können, erst Ihren Kooperationspartner zu bezahlen haben. Sehr vernünftiges Prinzip, was sicherlich dazu führt, dass man auf schnellem Wege sehr viele Neukunden erreichen kann. Vielen Dank. Vielen Dank.